Was geht Gamer Freunde und Willkommen zu einer Runde Fortnite mit dabei ist wieder mal Asado und Salafista aka Masterfista Sag mal hallo Bruder Geht was geht Alter Sag doch hallo Bruder Was geht Gamer Freunde Was geht was geht Also die sagen kurze Rede langer Sinn auf ein Willen Sonst gibts vom Masterfista Schläge aufs Kinn Oh shit Digga Oh ich seh ihn, er ist runtergesprungen Ey der hat, der ist One-Shot, der hat gar kein Schild nix gell Der hat wenigstens ne Waffe Jawohl Hab ihn Was für One-Shot Junge Pass auf, dein Mate Oh ja ich hab kein Leben Bruder, der hat mich gegstet Ey Asado komm her Bruder komm her Oh Bruder wo schießt du hin Jawohl Sein Mate kommt gleich Jawohl Jawohl Gib mir gleich Rückendeckung Bruder Ich geh kurz diese Medizin hier hinter uns nehmen Oh Bruder das ist auch noch Glück Digga Oh Bruder das ist auch noch Glück Digga Und ähm Wo sind sie? Wir sind hier oben Hast du das gesehen? Ja auf dem Dach genau äh Hol meine Karte oben auf dem Dach Genau Genau Ja man Ich brauch das Brot Digga Echt jetzt? Nein Er braucht 10 Jahre bis er Treppen baut Von der Süße Oh die Samu Ah ich bin tot Digga Ich bin unten Bruder ich bin tot Komm nicht hier hin Bruder das wird's gefährlich du musst ihn wiederbeleben Egal Versuch Bruder versuch Hier Inshallah funktioniert's Digga Oh lauf weg lauf weg Bruder lauf Leid Drücken wir rein Jungs drücken Leid Äh ne Bro er ist äh Million Oh Jungs ich brauch Hilfe Ja zur Zeit gibt's Manga Aber Es ist der Bruder komm zu mir Warte warte Er hat mich Bruder ist One-Shot Er hat mich Bruder ist One-Shot Bitte bitte schieß bitte Oh mein Gott ich bin weg Mies Bruder einer ist One-Shot Der Linke genau der ist One-Shot Oder ist das Oder haben sie Position Oh shit Digga Bruder Dauerfeuer Okay alle tot Einfach bereit drücken Digga Einfach bereit drücken Ich war nicht bereit man Azad schieß nicht auf Hühnchen wenn du siehst Bruder Okay Da da ich sehe ein Hühnchen warte ich hole ihn Hier komm Azad komm mit mir Was siehst du das Damit komm mit mir rein Azad Doch da ich sehe Schüsse dort Bruder Was redest du da Da sind noch Leute Wenn man ein bisschen Killsgeiern will Dann sagt man da sind keine Leute Das glaube ich dir Oh Salafista das war gemein hier Oh bei mir sind Gegner Digga Kann sein dass ich bald auf Wiedersehen sage zu euch Das Ding ist Diese Karte bringt mich genau zur Insel Digga Genau in die Stadt wo 20.000 Gegner sind Hier oder? Ja ich werde gleich sterben Bruder Ich habe einen Seid ihr bei mir? Ich finde leicht Es wäre super wenn ihr sofort herkommen würdet Ja hier unter uns Schieß 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 Einen habe ich Einen habe ich Ich habe noch einen Hast du ihn? Der wechselt von Raum zu Raum Digga Er ist hier unten bei mir Er ist bei mir ich habe aus der See meine Waffe Oh er hat mich Schieß Master Fester Schieß auf ihn Ja komm heal mich Digga Danke euch Jungs Ich habe Dings Zaufis und so Gegner Gegner Boah Obwohl dich schwer zu treffen ja Ich habe getroffen Bruder Ich habe nochmal getroffen Hab einen Hab noch einen Wir sind nur am kriechen Bruder Passt also auf Asado Warte hier Bruder Hier hier Bruder Ist hier oben? Ich habe ihn low gemacht Hier jemand ist bei mir Jungs Nein die haben mich Die haben mich hier hinterm Baum Oh Digga die bumsen mich Die haben es drauf auf jeden Fall Digga Bruder ich habe eine low gemacht Oha Bruder was ist das denn Digga Einfach auf breit machen Bruder Wallah Bruder was war das denn diese hässlichen Vögel Bruder Einer mit Granatenwerfer einer mit sowas Digga Die legendärste Zeit Digga War mit Master Fista und so Und so Also Shio Und so weiter Und hier Göktu Oder wir können Halt nur ein bisschen Oh wir müssen zu Asado Bruder Ob wir jetzt wollen oder nicht Müssen wir jetzt sofort dahin Oh Oh Einer läuft gerade die Treppe runter Da zu Salafis Und der andere Ich habe einen Einen habe ich Aber Wie aber was Ich habe noch einen Ich schiebe uns von Oh Shit Digga Oh Salafis der Junge Sag doch dass du hier bist Da hinterm Auto ist noch einer Bruder Den habe ich auch nieder gestreckt Rechts von dir Ja ich Ja der krabbelt gerade Der krabbelt so als würde ich den nicht sehen Warte ich recht mich Asado Scheiße Digga Aber gerade noch nie Wir haben uns gerecht Bruder Keine Sorge Bei mir konnte er einen abbauen Woher Das ist gegen Ja Ich bin vor dir Bruder der vor mir ist jetzt One Shot Ich habe einen One Shot gemacht Eine habe ich niederkriechen gebracht Noch eine niederkriechen Noch eine niederkriechen Aber Ermann Habe alle Ich habe Ey nehmt dir eine Krone Digga Macht einen Kronensieg Obwohl in der Fall Alles gut Digga Alles gut Ich hoffe Ich denke ich ist der letzte oder so Oh Digga liebe Freunde 8 Kills 9 Kills Und 1 Kill Digga Das sind so gute Kills 18 Kills insgesamt Meine lieben Gamer Freunde Endlich ein Win Digga Wollt ihr irgendwas sagen Jungs? Mein Name war Harry Aber ich bin Harry Was? Mein Name war gut Das geht Äh Was ist Willst du noch auch was sagen Salafista? Abonniert sonst gibts ein Fist Oh shit Digga Ja liebe Gamer Freunde Da würde ich sagen Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal und ciao Wollt ihr eine Före Wollt ihr euch